Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Kommt ein Einarmiger in einen Secondhand-Shop. Der Montagswitz. In der Kürze liegt die Würze. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn er euch gefallen hat, erzählt ihn weiter. Habt einen guten, lustigen Start in die Woche damit. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da, schaut auf MabacherTV, auf Facebook vorbei, bin ich seit nächster Woche garantiert wieder dabei. Bis dahin, Baba und Danke.